Ja, hallo ihr Lieben. So, heute mal ein Video in eigener Sache. Heute Abend kommt auch noch, also wenn das jetzt zeitlich alles passt, das haben wir heute, 21. Dezember, kommt auch noch das Weihnachtsvideo. Also, ich, überraschenderweise, hat YouTube meinen Kanal freigeschaltet für die Kanalmitgliedschaft. Und das wäre eine super Sache, wenn du sagst, Mensch, ich bin echt dankbar für die ganzen Videos, für den Free-Content, der auch so bleiben wird. Ich möchte Christian gerne unterstützen oder Danke sagen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das über diese Kanalmitgliedschaft machen würdest. Das hat auch alles mit meinem ganzen Liebeschiff-Webseite gar nichts zu tun. Es gibt auch so ein paar Bonus, aber das soll ja gar nicht so im Vordergrund stehen. Ich werde sicherlich da extra Live-Videos machen. Auch sicherlich mal ein extra Video. Und das, also das werden auch die gleichen extra Videos sein, wie es in der Liebeschiff-Plus-Mitgliedschaft gibt, auf meiner Website wiederum. Also, das beides zusammen kannst du natürlich machen, aber das wird sie sicherlich überschneiden. In der Liebeschiff-Plus-Mitgliedschaft gibt es natürlich auch noch Meditation und den ganzen Sachen. Aber auch hier auf dem Kanal wirst du dann, ich hoffe ab heute, so einen Button finden, Mitglied werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, 4,99 und 7,99. Gut, dann zieht dann YouTube wieder einiges ab. Aber, ja, wäre für mich eine super Sache, wenn du sagst, Mensch, ja, supporte dich gern, hat mir auch viel gebracht. Du sagst, wenn nicht, auch gut. Ist ja hier, wird einfach alles so weitergehen wie bisher. Vielleicht gibt es andere Änderungen, nächstes Jahr weiß ich noch nicht. Aber, genau, das würde mich mega freuen, wenn du da mitmachen würdest. Wie gesagt, es gibt zwei Stück, eine für 4,99, das nennt sich dann Liebeschiff-Fan. Und dann gibt es noch eine für 7,99, ist der, ja, Liebeschiff-Mega-Fan. Gibt jetzt, vielleicht gibt es da nochmal extra Gimmicks. Es ist einfach, ich habe einfach zwei Stufen eingeführt, wenn du sagst, boah, ja, das hat mir so viel gebracht. Und auch schon ohne die Kurse und ich kriege auch viel Dankes, E-Mails, folgend total. Ja, dann könntest du halt auch diese Sache erwägen. Du musst einfach auf der Kanalseite sein. Und wenn du, dass du da so einen Button findest, Kanalmitgliedschaft kann man auch jederzeit kündigen, logischerweise. Wird alles von YouTube organisiert. Und wenn du noch Fragen hast, schick die Apple an support.liebeschiff.de Und ja, und schon mal vielen Dank für uns.